Mein Brauweiler, die Partner der Brauweiler-Blox, stellen Sie vor. Mein Name ist Gitta Wand, ich bin die Inhaberin und auch gleichzeitig die Pflegedienstleitung der Krankenpflege Vitalis. Ich bin sehr stolz auf mein Team. Einige Mitarbeiter sind schon von 1994 an bei mir tätig. Durch unsere sehr gute Teamarbeit und kontinuierliche Fortbildung sind wir in der Lage, sofort auf die Bedürfnisse von unseren Kunden einzugehen. Diese Qualität zu sichern, haben wir uns auf ein sehr enges Einzugsgebiet hier rund um Brauweiler beschränkt. So haben wir direkte Nähe zum Kunden und können auch sofort reagieren, wenn es irgendwelche Vorfälle gibt. Wir arbeiten gerne in Brauweiler, weil hier jeder jeden kennt und die Leute sich untereinander helfen.